Ja, hi mal wieder. Puh, immer gut in Bewegung zu sein. Ich möchte mit euch heute hier im wunderschönen Start beim Snowbike Festival ein wichtiges Thema besprechen, was viele von euch betreffen wird in Sachen Tech Talk, weil ihr schreibt in die Kommentare häufig auch mal Fragen, du mag, passt dies eine Fahrrad für mich, kann ich das kaufen? Und oft ist die Frage, welche Größe passt eigentlich zu mir? Ich sage jetzt schon mal, da kann man eine Wissenschaft draus machen, wie man seine Körpermaße ausmisst, es gibt Tabellen, es gibt Anleitungen, da könnt ihr wirklich einfach mal im Internet auch schauen. Ich möchte euch mal an meinem Beispiel zeigen, wie unterschiedlich das sein kann und ein paar Aspekte geben, wo ihr merkt, man sollte wirklich auf Probe fahren, um dann rauszufinden, welche Größe passt. Und zwar geht es darum bei mir, ich bin 1,75 groß, das heißt so mittlere Größe, habe eine große Auswahl an Fahrrädern, also sehr kleine oder sehr große Menschen haben da natürlich oft Nachteile, weil es gar nicht so viele Modelle gibt, die passen für sie. Ich kann wählen in allen Größen, allen Geometrien, die ich haben will. Aber ich muss entscheiden, fahre ich Rahmengröße M oder fahre ich Rahmengröße L. Also ich bin quasi zwischen den Größen und das ist mir schon häufig aufgefallen. Ihr kennt natürlich meine Bikes, die auch unterschiedlich sind. Ich habe jetzt hier ein super schönes Track, Fat Bike Fully. Genial jetzt hier beim Schnee, macht eine Menge Spaß und ich habe mir den Rahmen angeguckt und dachte erst mal, oh, das sieht aber ganz schön klein aus. Es ist aber ein M-Rahmen, 17,5 Zoll. Das heißt, jetzt macht natürlich viel die Geometrie aus. Das sagt erstmal nur aus, wie lang ist die Sitzhöhe und das passt für mich eigentlich ziemlich gut, so 17,5, 18, aber es ist eine sehr verspielte Geometrie. Jetzt ist der Punkt, die Hersteller haben sehr unterschiedliche Angaben und zwar bin ich ja auch jahrelang für Polygon gefahren. Ich habe auch Polygonräder immer noch und das ist eine Firma, die sitzt auch in Indonesien. Also alle Rahmen kommen eigentlich aus Taiwan bei den großen Firmen, aber Polygon sitzt in Indonesien und die Rahmengrößen sind immer klein. Das ist auch in dem Magazintest. Da kann man sagen, wenn man normale Größe hat, dann soll man kein M bestellen, dann bestellt man L, weil die einfach da kleiner ausfallen. Jetzt wisst ihr, es gibt lange Geometrien, kurze Geometrien und man muss gucken, wo ist die Vorliebe. Also ich habe mein E-Mountainbike in Größe L und das ist für mich so ein Panzerfeeling. Ich mag aber auch, weil ich früher Dirtbike gefahren bin, also Sprünge, wie an dem Bike diese ganz kurze Geometrie, dieses verspielte. Jetzt natürlich auch die Frage, wie kann ich das ergonomisch anpassen, weil wenn das hier zu kurz ist am Sitzrohr, dann muss man den Sattel immer höher ausfahren und vielleicht hat man nachher so eine richtig krasse Sattelüberhöhung. Das heißt, der Sattel ist viel höher als der Lenker und wenn man dann lange Touren fährt, kriegt man Rückenschmerzen. Sprich, man könnte sich den Lenker anpassen oder man hat vielleicht auch gemerkt, das habe ich zum Beispiel bei Kunden schon manchmal gehabt, in Fahrtechnikkursen, der Rahmen ist einfach zu klein. Die haben eine kleine Rahmengröße genommen und müssen die Sattelstütze so hoch rausfahren, dass es einfach ergonomisch keinen Sinn mehr macht. Mich interessieren natürlich eure Meinung, eure Erfahrung. Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr entscheiden musstet, nämlich L, nämlich M oder XL und was habt ihr dann gewählt? Habt ihr es nachher bereut? Musstet ihr ein anderes Modell kaufen? Das ist natürlich auch gerade eine wichtige Sache, wenn ihr Freunde, die jetzt gerade neu im Bikesport sind, beratet, dass die wirklich nicht irgendwie beim Händler sind und der will gerade das eine Schnäppchen noch verkaufen und dann verkauft er jemanden ein Rad, was eigentlich von der Größe gar nicht optimal passt. Gerade Oberkörperlänge, Beinlänge, sowas variiert individuell extrem, deswegen sollte man da genau hinschauen, dass man nicht den Kauf nachher bereut. Es gibt mehrere Variablen, die ihr noch habt und zwar über das Cockpit kann man viel einstellen in der Ergonomie. Man kann die Länge, Neigung des Vorbaus und im Lenker den Rise und den Backsweep, also wie da geht der nach hinten. Das kann man alles individuell wählen, um wieder anzupassen. Das mache ich an meinen Rädern in der Regel auch. Und hier am Sattel, viele Sattelstützen haben so einen Versatz nach hinten. Da muss man auch schauen, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber das werdet ihr in eurem eigenen Rad vielleicht sehen und da kann man auch über die Schiene hier am Sattel auch noch ein bisschen die Position optimieren. Ja, dann schreibt mal eifrig in die Kommentare. Seid ihr zwischen den Größen oder ist es für euch eine einfache Wahl? Ich freue mich auf das nächste Tech Talk Video. Wir sehen uns, bis dann!